Ja. Also wenn es gut ist. Gut. Hallo liebe Annegretz, hallo liebe McJames. Liebe McJames, auch wenn wir ja wissen, dass du hier oben im Himmel bist, dann müssen wir an dich denken. Und wir schicken dir jetzt einen ganz lieben Geburtstagsgrüssen Richtung Himmel. Und ich hoffe ganz schwer, dass du das hören kannst. Gell? Du siehst, wir haben dich nicht vergessen. Okay. G opposite aufvist. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020